Hallo, heute möchte ich Ihnen das Gerät Simple Switch Interface aus der Simply Works Reihe von Inclusive Technology vorstellen. Mit dem Simple Switch Interface können bis zu zwei Schaltern ein Computer angeschlossen und dort verwendet werden. Wir zeigen Ihnen jetzt, wie das funktioniert. Simple Switch Interface ist ein Gerät, über das Sie bis zu zwei kabelgebundene Schaltern Ihren PC oder Mac anschließen und diesen darüber steuern können. Die Schalter simulieren dabei den linken und rechten Mausklick. Um den Simple Switch Interface verwenden zu können, schließen Sie ihn einfach über seinen USB-Anschluss an Ihren Computer an. Die Schalter werden über 3,5 mm Klinkenanschlüsse angeschlossen. Hier zeigen wir Ihnen einige Anwendungsbeispiele für den Simple Switch Interface. In diesem Minispiel der Software Switch Skills 1 ist es das Ziel, die linke Maustaste zu drücken, sobald ein Auto auf dem Bildschirm erscheint. Als Belohnung fährt dieses Auto dann einige Runden auf der Rennstrecke. Beide Schalter finden Anwendung in der Software Switch Trainer. Im ersten Beispiel dirigiert die Maus ein Orchester aus drei anderen Tieren. Mit dem rechten Mausklick wird hier ausgewählt, welches Tier spielen soll. Mit dem linken Mausklick die Auswahl bestätigt. Im zweiten Beispiel versteckt sich eine Schlange vor der Maus hinter einem von drei Hindernissen. Mit dem rechten Mausklick wählt der Spieler aus, wohin sich die Maus bewegt. Ist er sich sicher, dass sich die Schlange hinter dem ausgewählten Hindernis befindet, drückt er den Schalter, der den linken Mausklick simuliert, um die Schlange zu finden. Dies sind nur einige Beispiele für die Einsatzgebiete des Simple Switch Interface. Wir hoffen, dass Ihnen dieses Video weitergeholfen hat.